So, und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Diesmal ein Abenteuer bezüglich der Action-Let's Play, und zwar von Far Cry 3. Wir spielen einmal heute den Story-Modus der Sonntagsfolge, und nach der Sonntagsfolge kommt dann auch öfter das Let's Play zu Far Cry, aber wir wollen jetzt mal gucken, was uns erwartet. So, und wie das war, so und wie das war. So, und wie das war. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Zambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Ich bin der König der Welt! Was ist los? Der ist einfach eingeschlafen. Klo aufhalten! VGs, komm rein, komm rein! Du bist irre, Jay! Ich hatte den besten Lehrer! Ja! Der Jungs war ja sehr cool. Springt aus Flugzeugen raus. Fliegt wie Fögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Seht ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant? Und Jason? Das ist Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussehen. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was hat... Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz! Guck mich an! Direkt in die Augen! Ey! Du Sack! Guck mir in die Augen! Du gehörst mir! Das ist mein verficktes Reich! Halt dein Scheißmaul! Oder du stirbst! Was ist Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber, Hermano, hier unten? Hier unten? Ist das vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder. Wir werden viel Spaß haben, während du das Geld warst. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da, 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 bye-bye. Fährst du auch immer wieder drauf rein? Ich bin kein Pisser. Bist du verletzt? Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Tu es. Hey, komm mal her. Verstehst du? Hey, haltet die Frösche, klar? Scheiße. Mann, alter, der ist tot. So was bringen Sie einem in der Armee bei. Folge mir. Oh, wir können uns endlich bewegen. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Wir müssen ihm folgen. Bist du okay? Okay. Wieso ist der schneller als wir? Bleib unten, na komm. Das stimmt, Mann. Ich lück doch nicht. Sei nicht so ein Idiot. Das ist ein Sernkrieg. Meine Eltern haben Geld. Für den kriegen wir mehr als für alle anderen. Wenn du jetzt ins Warte da mal. Na schön, also wir spielen Jason die Charakterrolle. Ich bin jetzt nicht mit anderen drin hier. Ich hocke doch schon. Escape. Äh, die Entdeckungsanzeige erscheint immer, wenn du von Gegnern gesehen kannst. Hier können die Gegner allmählich bemerken. Bla bla bla. Unwichtig. Ich bin gar nicht da. Fressei-Dämmten. So. Laufen wir den lang? Ah, also hier liegt dann Feuerzeug, Tablet, Kamera, Handy, Karte und das war's. Da drüben steht einer. Scheiße. Wie denn? Ach, hier. Wirf einen Stein auf Gegner, um Tiere abzulenken. Und benutze die Deckung, äh, um sich vorzubereiten. Da. Du musst ihn ablenken. Okay. Funktioniert. Dann los. Okay, weiter wollen geht's jetzt? Ich habe keinen Ausweg. Ah. Da klettert dann aber durch. Wer ist da? Oh, scheiße, Alter. Oh, Gott. Oh, scheiße. Ja, Grant. Ja, Grant. Wohin geht's jetzt? Ich lache. Wir heulen. Wir haben uns heute noch mehr. Da ist der Kerl, der uns eben auch hatte. Oh, scheiße. Das ist dieser Psycho. Oh, Gott. Oh, Gott. Alter. Ich bin noch drin. Ich bin noch drinnen. Stecke dich im Gebiss, damit unterbrichst du den Sichtkontakt zu Gegnern. Oh, Gott. Wir müssen wieder vorbei. Jetzt können wir uns dahin. Stecke dich auch mal. Wenn du so ne Knarre hast und dich einem an die Rübe hältst. Hm. Oh. Oh. War doch nicht. Okay. Wir gehen. Okay. Scheiße. Mein Schwanz brennt mich auf. Oh, Gott. Er hättest du mal lieber benutzt. Ist ne gute Frage, ob wir so sind. Transporter. Lauter, Leute. Und hier sind wir durch. Ohne Scheiß. Okay. Oh. Alter. Gute Musik erhält, wenn da jemand rüberfährt. Ich halte schon die Klappe. Ja, ich hab verstanden. Checkpoint echt. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab nicht versprochen, auf euch aufzupassen. Steht auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Oh. Alter. Alter, scheiße. Ja, ich halt die. Komm. Alter, scheiße. Ich geb dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig aufrisst, ey, wer, 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 da, ah, du. Ja, ich würde gerne. Oh, oh. Oh. Links, Schifte ist laufen. Oh, scheiße. Oh, scheiße, die schießen. Oh, fuck. Alter. Hör nicht mal auf. Soll ich jetzt hier rüber? Oh, alter, scheiße. Wenn der schon so abenteuerreich losgeht. Nein. Oh, das hat wehgetan. Oha. Oha. Und wenn der schon so losgeht, dann mal gute Nacht. Ja, hier, komm. Ich muss weg von hier. Ja, Jason, dann lauft doch schneller. Dann sind wir auch schneller weg von da. Da ist ein Heli. Oh, scheiße. Schmeller. Okay. Ich muss Ryan hier und die anderen finden. das Leben sein gehen wieder runter da war doch nur noch nie einer wow ja komm still oh Gott alter den haben wir eben drangelegt geil weg quer die Burka wow oh 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 nein 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 fall oh nie 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 nein ok Ubisoft presentiert eine Ubisoft Materialproduktion was ist das denn für eine Hand? was hat er eben so geblitzt? wann das die Tatoos? Far Cry 3 ja ich weiß dass die Far Cry 3 ist los ich wollte wissen zu wem jetzt oder was die Tatoos gehören wir schnell reise zu den freigestaltenden unterstupfen um dich ja praktisch der Pfad der Pfad mit dem Herz folge dem Pfad folge dem Pfad und du wirst die Antwort finden und du wirst die Antwort finden Hä? wo sind wir denn? wo bin ich? zum Teufel du bist wach na vielleicht nicht ganz dein Arm wurde betäubt für das Tatao es ist mutig im Sturm zu schwimmen aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten Wahnsinn du hast das Recht mich zu töten aber ich habe das Recht dich mitzunehmen ich heiße Dennis Jason Bangao Labalaba der Heier, der Hai und die Spinne ich weiß wer du bist Jason du bist ein Krieger und das Tatao wird dir ermöglichen dein wahres Ich zu enthüllen Hör zu mein älterer Bruder wurde ermordet ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden komm du willst mir also? ich werde dich befreien dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen ok also das Ding was er am Arm trägt ist kein Tatao der Dennis sondern ein Tatao und so eins fragen wir also mittlerweile auch ich habe dich am Strand gefunden willkommen in der Manaki Freund es ist wunderschön oder nicht? Selamat Tengahari ich habe Jason Brody hier bei mir der Mann der was lebend entkommen konnte deine Flucht ist ein Zeichen dass das Blatt sich wendet und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten also das ist dein Volk die Insel ruft nur die stärksten sie rief mich die Inselbewohner die Rakyat akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf die machen was her oder nicht? sehr hübsch keine Frage ich könnte jede Frau haben die ich wähle aber mein Wille ist auf einige richtet hier Geld für Waffen oh du willst deinen Bruder retten richtig? ich hab noch nie auf jemanden geschossen wie sagt man noch in Amerika? für alles gibt es einen nächstes mal ja das stimmt so haben wir jetzt Geld bekommen und dürfen wir uns Waffen kaufen 60 Dollar 60 Dollar was möchtest du? wir kriegen im Moment einen 1911 Pistol und die 9P9 ist gesperrt und die Mangnum auch das heißt wir kaufen ja wir legen die auf den Slot jetzt können wir die auch freischalten ok wir haben nix kann ich Munition irgendwie auffüllen auch nicht möglich was soll ich da? Null! das kostet doch nur ok ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen und glaub mir sie haben genau die Ausrüstung die du brauchst ok da unten liegen noch mehr Fünfen drin Aka 47 und die andere weiß ich nicht wie die heißt da war alles automatisch ja Dennis hier kommt die Kraft aus dem du kannst Waffen in Shops und Unterstützung kaufen aber wenn du Funktürme aktivierst sind bestimmte Waffen kostenlos aktiviere Funktürme und Erhalte Waffen gratis äh gratis Waffen kommt auch selber raus aus der Innst was haben wir denn jetzt noch? Amanaki die Stadt von Amanaki wird von Rakyat gehalten und gilt als letzte Zuflucht der geistig gesunden auf Rock Island die Bewohner kämpfen um die Kultur von Rakyat am Leben zu erhalten und hoffen immer noch die ihre Heimat vor der totalen Anarchie retten zu können und die Stadt wartet der Dschungel doch vor der Stadt wartet der Dschungel doch vor der Stadt wartet der Dschungel aha das interessiert uns jetzt hm 38 Missionen gibt es älter Schweder 18 Funktürme 120 Relikte 20 Speicherkarten 20 Tode Aufgaben 34 Außenposten alter Schweder das ist ja doch schon eine ganz schöne Menge die wir machen müssen das sind also Relikte die wir freischalten müssen holla ok machen wir jetzt hier mal weiter ich lese die Dinger nicht mehr du musst das Gelände kennen jederzeit wissen wo du bist was nutzt die Türme um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden Störsender blockieren den Zugang unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte aber du du wirst wertvolle Informationen bekommen ja die Störsender sind ganz oben jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf aha also das scheint wohl der Erste zu sein da wo wir jetzt hoch müssen die Frage ist nur wie kommen wir da hoch hier rüber so wollen wir doch mal gucken ob das hier hoch geht oder nicht das muss der Funkturm sein anscheinend schon das würde Jason nix sagen also wir haben wohl eben gelernt das war's der Böse ist der uns gefangen hat beziehungsweise er uns geholt hatte indem wir uns dann befreit haben und der Grind getötet hat weißt du sagen wir mal mit ja ja schön ob du spinnatter unten in den Kisten ok bevor ich hier vorbeikomme eine Granate 96 Dollar hab ich jetzt noch was das ist natürlich geil also immer wieder in die Kisten gucken lohnt sich neues Tutorial Funktürmer äh aktiviere Funktürmer um Karten aufzudecken Waffen kostenlose In-Shops zu erhalten um neue Aufträge Übergänge Aufträge heißen die Dinger zu bekommen aha ok ok dann machen wir jetzt mal weiter die Dinger sehen sehr stabil aus wieso muss man hier einmal im Kreis rennen noch höher so 0 Meter alter Schwede ist das eine Aussicht wir sollen jetzt den Störsender deaktivieren E halten und komm ok ok diese Dinger sind das also und wir haben unseren ersten Funkturm freigeschaltet unten liegt noch eine Kiste da müssen wir gleich nochmal hin eine Kirche oder irgendwie sowas und dann ein Zugang zum Wasser ok und wie kommen wir jetzt hier runter ah ein Rutscher ja um zu benutzen ok wohin führt das ein oh oh nette Vater ja war eine nette Fahrt hab's erledigt gut zeig mir deine Karte ja wie zeige ich dir meine Karte ich will auch nicht da hingucken öffne die Karte so siehst du alles was du wissen musst ist nun durch den Funkturm aufgedeckt Geschäfte Abenteuer die Insel ruft nach dir ja ist hier genau und sind kostenlos sind die Händler hier von außerhalb auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm ein wahrer Krieger muss jagen so will es die Natur sie auf die Karte und wähle dein Jagdrevier hab keine Angst vor deinem Instinkt die Gesellschaft lehrte dich zu versagen nicht die Natur hier also willst du deine Freunde retten musst du den Dschungel kennen Tierhäute und Leder ermöglichen dir Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen die dich heilen und deine Sinne schärfen können geh geh zurück wenn du den Dschungel beherrschst okay es käme um die Karte zu schließen gut ähm da wir ja gesehen haben dass wir Waffen bekommen haben zwei Stück die STG 90 und die P äh 9P9 ich mir die auch mal holen oder eine von beiden mindestens weil mit der Pistel ähm kann man ja sehr viel machen wo war in der Shop jetzt da hinten 8 Dollar neue Karten im Menü zu halten ja da war die Dame guten Tag ich wollte ein Sturmgewehr ja aha dann nehmen wir uns die doch mal ausrüsten kriechen die eigentlich hier frei die Plätze ah ja stimmt der hat er jetzt mit den Lederdingern ne so auffüllen machen wir einfach mal ja aber dann ein bisschen mehr Muni dann sehen wir auch schon ok ok ich sehe das noch nicht aber wir haben uns den Wegpunkt der gesetzt gehabt und hier oben stand ein Auto hier ist ein grünes Blatt ach da unten da ist das ok haben wir also schon mal ein grünes Blatt und wofür sind jetzt die Diamanten und sowas es scheint also noch eine Kiste zu sein war eine Schinzigare juhu da ist dann auch einer also überall da wo diese Diamanten sind sind wohl auch Sachen die wir gebrauchen können und wir fahren einfach mal mit dem Auto eh halten um zu interagieren ich interagiere doch mit dem Ding äh da war muss ich das lesen achso das ist das Auto ok das ist alter Schwede das Wort Seiko na das gibt es wohl also noch ja wir fahren mal weiter komm dann wollen wir doch mal zu diesem Punkt fahren gucken was wir da kriegen alter da da sind zwei Blätter aber im Wasser ok wollen wir doch mal kurz gucken wo die sind vielleicht sammeln ich die ja dann auch noch ein sind das hier Seerosen dort anscheinend ok die hole ich mir nicht eh halt so um zu interagieren das drücke ich doch so so rutsch mal rüber und dann gib mal Gas man einfach stopp da ist irgendwie ein Diamant ok ok genau jetzt wäre ich drauf da ist irgendein Seil oder so aber wir kriegen hier nix schade wir sein können das war da irgendwas kriegen besonderes dann wollen wir doch mal gucken was wir in der ersten Mission so machen sollen wir uns dennis dort gegeben hat hier sind aber weitere dinger und da sehe ich auch Kisten normale so 30 dollar ne Kühlschränke können wir nicht öffnen aber da ist noch eine Kiste und dann haben wir hier draußen anscheinend waren ja da noch eine Kiste und ne das sind die auch nicht aber wir sind noch 120 Meter entfernt oh einsteigen rückwärtsgang ich soll das Jagdgebiet endlich erreichen kann ich eigentlich direkt hier auch rumfahren ok anscheinend hab ich mich festgefahren hab ich eigentlich das Tier hingeschmissen Achtung ja ich kehre zurück ich bin doch schon zurück ah hier vorne kann das häuten boah wie geht Püffelfell haben wir bekommen da krieg ich das Auto leider nicht mehr raus also 120 Meter laufen aha ja Molotows anscheinend und Granaten und den Granaten wusste ja schon Bescheid aber welche rote Blätter also ein rotes Blatt zwei grüne Blätter und zwei blau plus zwei Wildschwein heute das ist das Wildschwein das ist Messern Kiste ok holen wir uns erstmal eins so lecker Witzschwein Fälle Nummer eins ok hier hinten war das zweite war weg ist das zweite weg und da noch irgendwo da ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung also hier gibt's blaue ja das blaue Blatt ist im Wasser ah das sind Seealgen hier Seetang ist das rot ist das ok und grün ist das ist die Pflanze das sollten genug Pflanzen sein ok ja das reicht wir nehmen einfach noch mal ein paar mehr mit da wir die gerade sehen und wir suchen immer noch das zweite Wildschwein wo ist das denn jetzt hin ach da hinten ist noch eins gut gut haben wir das auch geklärt ich bin ja nicht möglich Bolterrucksack voll escape Bolterrucksack aha kann ich irgend irgendwas muss ich ja loswerden grün ist blöd brauchen wir die Kubanische Zigarre nehmen wir auch mal mit was ist das denn die Sonnenbrille weiß ich nicht schöne Muscheln legen wir die mal ab ja so nehmen wir das noch mit boah lecker so äh das haben wir alles erledigt die sollen zwar ernsthaft zurück ich hätte doch noch nicht mein Auto versinken sollen schnellreise ach ja stimmt ja wir können ja die schnellreise nutzen das ist ja schön hehehehe so und macht man jetzt damit interagieren ne da kann ich Munition und sowas kaufen und wie komme ich hier raus warte sprich mit Dennis ja dann machen wir doch mal wo ist er denn auf 45 Meter in die Richtung wieder so da oben steht noch ein Auto Dennis ich habe die Pflanzen und Tiere gut forme die Natur nach deinem Willen ich zeige es dir so dann jetzt benutze die Pflanzen um zwei Spritzen herzustellen auszählen herstellen herstellen vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald wenn du Glück hast nun benutze die Häute der getöteten Tiere um deine Taschen zu vergrößern die Herstellung ermöglicht dir mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen ja eine Sache noch das Tatao auf deinem Arm es bedeutet dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast du bewegst dich auf einem Pfad ja und wie komme ich jetzt da raus ergänzt mit jedem Tatao lernst du eine Fähigkeit du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen und nun zeige ich dir den Takedown so ist gut du wirst immer stärker und mit jeder Fähigkeit wird das Tatao größer nimm noch eins ok also mit F ist dann unser Angriff was ist das denn ich schalte den hier frei Sprint schlicht so das ist äh schlichtern nicht schlichtern ähm ich nehme glaube ich erstmal die Granaten das hast du gut gemacht Jason aber bevor es weiter geht würde ich sagen was ist das Tatao hey Philippe wir fahren zum Außenposten bei Amanaki wir haben dir eine Amerikanerin komm her wird lustig was ist denn jetzt? Lisa oh scheiße wir müssen sie zurückholen komm bevor es jetzt richtig weiter geht würde ich sagen nun war es das für die erste Folge von Far Cry 3 und ich würde sagen schaut einfach Montag wieder rein wenn es dann weiter geht mit der zweiten Folge und ich würde sagen bis hin und tschüss bis hin bis hin bis hin